so hallo und herzlich willkommen heute wieder ein video zu ets go und k2 geht es um die operation wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt kann man sich die operation quasi kaufen also ist alles im prinzip darauf ausgelegt ja aufs kaufen wir haben jetzt schon eine mission gemacht gestern ich habe mir auch schon die die operation einmal gekauft das ganze kostet moment wo war das gerade mehr sterne kaufen 39 euro 50 und dann kriegt man quasi einmal alle drops und auch die skins dann jeweils und also die spieler skins ein roten ein pinken lilanen und blauen die ganzen aufkleber die kisten und auch ganz wichtig diese drops aus den collections das heißt ihr könnt hier im prinzip im prinzip wenn ihr richtig rein lag diese awp rausbekommen und dann ist natürlich gg oder hier generell halt mal so ein purple oder oder pink skin und da kriegt ihr aus jeder kollektion quasi einen random drop und mein handy nervt gerade schon richtig das finde ich ziemlich ziemlich heftig wenn man da reinlackt dann ist auf jeden fall gg ich habe das wie gesagt gestern einmal schon gemacht und hatte meines erachtens ja auch gleich die war die einzige weibliche charakter die anderen sind so glaube ich zwei oder drei euro wert oder weniger ich hatte ein aug skin der war über vier euro wert mit den ganzen kisten die man dazu bekommt war ich schon fast wieder also wenn ich das alles verkauft hätte hätte ich die 39 euro schon fast wieder raus bekommen von dem habe ich mir gesagt komm ich mache das jetzt noch mal mit euch und hol mir jetzt noch mal und vielleicht lacken wir in einen von den random drops rein und kriegen was cool ist die kisten ist sowieso nice und hier habe ich jetzt schon den den teuersten bekommen die anderen kosten glaube ich alle weniger so 10 bis 15 euro oder wie auch immer welche gibt es denn da alles da wird mir auch die anderen mehr gefallen also optisch rein vom spielerischen und die würde ich auf jeden fall auch sehr viel verkaufen wichtig ist noch wenn ihr euch die sterne kauft kriegt ihr nicht automatisch den diamant coin weil ihr 100 sterne habt sondern ihr müsst die missions parallel machen wenn ihr euren coin upgraden wollt und ja ich sag jetzt mal wir kaufen das jetzt einfach mal rein und dann gucken wir mal ob wir ein bisschen reinlacken hier ist nämlich auch noch die frage kostet normal 70 50 ja keine ahnung wo der preis her kommt die haben sie jetzt quasi runtergesetzt auf 39 50 ich bin mal gespannt wie lange das hebt oder ob das halt einfach nur der debate des jahrtausends ist so nach dem motto ja du sparst ultra viel geld ja im endeffekt kannst du hier richtig reinlacken oder halt auch nicht wie halt bei allen bei counter strike und ja ich shoppen jetzt mal rein und drückt auf jeden fall die daumen so ich habe das jetzt wie gesagt schon einmal gemacht so jetzt kriegt man die aufkleber diesmal auch glaube ich alle nichts wert also ich glaube also keine ahnung müsste mir mal genau angucken genau wie die graffitis das ist der rote skin wie ich sehe der ist nice auf jeden fall den werde ich auch spielen ich werde gleich mal gucken was der wert ist aber ich glaube die sind alle nicht so viel wert die kann ja nicht so viel wert sein die kiste ok auch nicht so viel wert sieht schon dunkel aus die aufkleber by the way finde ich eigentlich ziemlich nice mein handy nervt leicht okay kiste etikett andere die sind auch die lower skins sind nice to have aber es hat auch nichts wert eigentlich die famas ist glaube ich auch nicht so viel wert okay die graffitis und by the way es gibt ein paar witzige jetzt sieht auch zum beispiel nice aus mal gucken wie auf die video auf den waffen rauskommt die aufkleber die ist es glaube ich auch nicht kiste fragezeichen der skin der sieht cool aus also den werde ich auf jeden fall spielen der gefällt mir mega die ist es auch nicht cooler sticker graffiti als wenn ich schon genug graffitis haben aufkleber ok die ist krass aus aber gibt es nicht gibt es schon so eine komplett so eine gleiche so ein kettenhemd zwack 7 bin mir gar nicht sicher kampfschwein piggy der sieht auf jeden fall fett aus muss noch mal gucken was die jetzt genau wert sind hier natürlich seevogel wieder richtig reingeschissen aufkleber graffiti ohne ak die können die könnte was sein und die sieht auch ziemlich nice aus muss ich sagen die könnte auch von der condition nice sein da bin ich jetzt mal gespannt was die wert ist da könnten wir schon reingelaggt haben die sieht müllig aus graffiti die kisten die werden wir auch wieder öffnen so weiter so dann gucken wir jetzt mal was die ak wert ist die also erstmal gucken wir mal dieser seal was der denn wert ist der ist 7,19 Euro wert hätte ich weniger gedacht muss ich sagen ach ne das ist der rote ok da hätte ich mehr gedacht der ist jetzt schon wenig los der hätte ich weniger gedacht 4,37 Euro 2,04 Euro ich glaube die ist ein ganz nice da hätten wir mehr Pech haben können die kisten sind noch immer bei 1,50 Euro das wundert mich dass die noch nicht weiter gesunken sind die waren schon mal niedriger so diese kostet 31 Cent jetzt die ak da bin ich richtig gespannt da bin ich richtig gespannt jetzt wahrscheinlich scheißt es voll rein 1,34 Euro ok kampfspuren hätte ich jetzt auch nicht gedacht dass die kampfspuren ist der ist wert 11,68 Euro ist das der rote ne gell ist nicht der rote so aber die AK möchte ich mir gerne nochmal angucken ist das Battlesguard wie sieht die denn aus ist die wenn die Factory new ist muss die dann richtig krank aussehen ok da hätte ich jetzt gedacht dass die mehr los ist ich werde auch vielleicht später nochmal ein trade up machen mit denen und hoffen dass ich dann vielleicht noch was besseres raus bekomme hier finde ich echt ne nice AK die habe ich gezogen aus den kisten in Star Trek so dann gebt gerne einen Daumen hoch schreibt mal rein wie ihr das macht ob ihr sagt ok ne ich brauche das nicht ich mache das jetzt halt im Prinzip mach die Missions runter und es haben auch einige schon geschrieben dass sie die die Operation generell überteuert finden aber ja gut ist halt kaum das gleich so dann sage ich vielen Dank fürs einschalten gebt gerne einen Daumen hoch schaut auf dem Twitch Kanal vorbei twitch.tv Hangemao live und verpasst keinen Livestream und dann sage ich jo vielen Dank und bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal